Hallo und herzlich willkommen in Year of the Big Creek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Im folgenden Video werde ich euch das Cochrane Gambit vorstellen. Ich werde euch die Vor- und Nachteile zeigen und auch eine Einschätzung abgeben, für welches Niveau und für welche Bedenkzeit ich es für Spiel behalte. Vorab einen kleinen Hinweis. Falls ihr mich als Content Creator unterstützen möchtet, außer meine Videos zu schauen hier auf YouTube, dann checkt doch einfach mal meine Patreon-Seite aus. Dort lade ich zum Beispiel nicht nur die Videos hoch, sondern auch die PGN-Dateien wie zu diesem Video hier und die sind nur für meine Patreons auf Patreon verfügbar. Also alle Varianten auch nachspielbar in einer PGN-Datei. So jetzt hier zum Video Cochrane Gambit. Das Cochrane Gambit ist eine Variante der russischen Verteidigung. Beginnt mit E4, E5, Springer F3, Springer F6. Soweit bekannt. Das ist die Grundstellung der russischen Verteidigung. Hier nimmt Weiß in der Regel auf E5 raus. Das ist der Hauptzug mit großem Abstand. Springer schlägt E5. Der Hauptzug jetzt D6 hier. Das wird fast immer gespielt. So und jetzt kommen wir schon zum Gambit. Anstatt jetzt den Springer zurück zu ziehen nach F3, was fast immer gespielt wird, kam ein britischer Schachmeister Mitte des 19. Jahrhunderts auf die Idee, den Springer hier auf F7 zu opfern. Und zwar John Cochrane. Die erste Partie in der Datenbank, die ich gefunden habe, ist aus dem Jahr 1848 von John Cochrane. Und er hat diese Variante damals gegen einen gewissen Bonagy-Monishander sehr, sehr häufig gespielt. Im Prinzip finden sich nur Partien zwischen den beiden Spielern bis zum Jahr 1859. Ja, was ist die Idee dieses Opfers? Schwarz muss es erstmal natürlich annehmen mit dem König, sonst verliert er Material. Dame und Turm sind angegriffen. Die Idee ist eigentlich, den König raus zu provozieren, dass der König rauskommt. Die Rochade geht kaputt bei Schwarz und Weiß bekommt, also Schwarz verliert das Rochade-Recht und Weiß bekommt zwei Bauen für die Figur. Das ist materiell betrachtet nicht genug, aber schauen wir uns an, was passieren kann. Hier gibt es drei Fortsetzungen für Weiß, die regelmäßig gespielt werden und die wir uns anschauen. Der beste Zug Springer C3, zu dem komme ich zum Schluss. Fangen wir an mit den Zügen, die sehr häufig gespielt werden. Läufer C4 zum Beispiel, Schach. So setzte zum Beispiel John Cochrane damals fort. Immer Schach geben, direkt. Zu diesem Zug gibt es 21.000 Partien in der Leaches-Datenbank. Ich habe natürlich wie immer meine Varianten abgeglichen mit dem, was auf Leaches gespielt wird, um natürlich auch so ein bisschen das Gefühl zu bekommen, wir spielen Amateure oder nicht nur Profis, sondern wir spielen auch Amateure oder normale Schachspieler auf Leaches dieser Eröffnung. Ich habe natürlich auch die gesamte Variante auch mit einem Buch abgeglichen, das beim Quality-Chess-Verlag rauskam, vor allem letztes Jahr irgendwann über die russische Verteidigung. Da ist natürlich das Cochrane gab es nur ein ganz kleiner Teil von. Aber ich wollte natürlich wissen, was schreibt der Autor aus schwarzer Sicht, was das Beste ist. Nun gut, Läufer C4, Schach. Was würdet ihr draufspielen hier mit Schwarz, wenn ihr Russisch spielt? Kommen wir jetzt zu dem Zug, der am häufigsten gespielt wird. Das ist Läufer E6 hier, aber das ist schon eine Ungenauigkeit. Warum? Weil nach Läufer schlicht E6 Schach, König schlicht E6. Der König jetzt sehr schlecht steht hier auf E6 und Schwarz braucht sehr viel Zeit, um den wieder in Sicherheit zu bringen. Typischerweise spielt man hier mit D4 weiter, besetzt das Zentrum. Springer schlicht E4 ist in solchen Stellungen selten möglich, weil dann diese Felder zugänglich wären für die Damen mit Schach. Also Springer schlicht E4 geht so gut wie nie, wenn der König rausgedrängt wird, auch wenn der König auf F7 steht, auch nicht. Hier geht der König zurück nach F7. Kurze Ruhade, Läufer E7. Das ist eine ganz typische Variante. Jetzt möchte Schwarz Turm F8 spielen und König G8, damit der König wieder in Sicherheit ist. Aber hier ist die Stellung schon überhaupt nicht mehr klar. Der beste Zug laut Stockfish ist hier Dame F3. Das ist sehr untheoretisch. Jetzt habe ich so ein bisschen selbst analysiert. Dame F3 ist hier der beste Zug, droht E5 mit Rückgewinn der Figur und dieses Dame B3 Schach liegt auch in der Luft. Der beste Zug für Schwarz ist hier Springer C6, um das Feld E5 zu decken. Und hier Dame B3 Schach der beste Zug, um dieses Manöverturm F8, König G8 zu verhindern. Der König geht zurück. Und hier sollte man nicht den Bauern auf B7 nehmen, weil die Bauern auf D4 und E4 hängen. Besser hier D5, Springer E5, F4, Springer E7 und jetzt hier Springer D2, den Bauern decken. Und es entsteht eine Stellung theoretisch, also objektiv nicht theoretisch, objektiv steht Schwarz besser. Aber es ist halt schwierig zu spielen. Und der König steht halt sehr schlecht auf F8, der Turm ist abgesperrt. Und wenn Weiß ein sehr guter Angreifer ist und die Dynamik gut versteht, dann hat er hier auch Möglichkeiten gegenzuhalten. Gehen wir nochmal zurück. Läufer C4 Schach, wie gesagt, ist nicht der beste Zug. Und Läufer E6 wird häufig gespielt auf Liches, ist aber nicht der beste. Auch sehr häufig wird gespielt König E8, auch nicht so gut. Hier einfach ruhigieren und Weiß hat hier Kompensation. Die steht der König einfach zu schlecht. Weiß wird einfach das Zentrum besetzen mit typischen Zügen. D4, F4, Springer C3. Einfach entwickeln und dann schauen wir mal weiter. Dann wird Schach gespielt. Das ist übrigens die ursprüngliche Partie. Die allererste Partie in der Datenbank zwischen Cochrane und Money Thunder aus dem Jahr 1848. Habe ich in der PGN mit beigepackt. Das ist aber eher für die Patrons interessant. Die Widerlegung nach Läufer C4 Schach übrigens lautet D5 hier. Warum? Ganz einfach. Der Läufer wird abgeblockt. Wenn jetzt Weiß hier mit dem E-Bauern nimmt, und das ist jetzt ganz wichtig hier, Schwarz spielt dann Läufer D6, blockiert diesen Bauern hier und der Läufer wird kalt gestellt. Und dieser Doppelbauer ist nervig für Weiß. Eigentlich möchten wir die Bauern auf E4, D4, F hier haben mit Weiß, um anzugreifen, mit so einer Phalanx. Aber wenn so ein Doppelbauer da steht, das ist nicht so toll. Hier wird Schwarz problemlos den Turm nach E8 oder F8 spielen, König G8 seinen König in Sicherheit bringen und objektiv steht er klar besser. Ein kleiner Hinweis hier. Großer Fehler wäre hier natürlich Springer schlicht D5. Wie ich schon erwähnte, der Springer ist wichtig hier als Verteidigungsfigur, um diese Felder zu decken. Jetzt kommt Dame H5 Schach. Ne Quatsch, Dame F3 hier. Dame H5 auch, aber Dame F3 ist noch klarer. Mit Doppelangriff. Und Weiß gewinnt hier die Figur zurück und steht hier einfach auf Gewinn. Er hat einfach zwei Bauern mehr. Also König E6, Dame E4 Schach und dann bekommt er den Springer wieder. Das ist komplett gewonnen. Also Springer D5, ein wichtiges Motiv. Muss Schwarz aufpassen. So, das war Läufer C4 Schach. Moment, Läufer C4, D5. Kurzer Hinweis noch aus weißer Sicht. Nicht mit dem E-Bauern hier nehmen. Der beste Versuch ist hier noch Läufer B3 zurückzuziehen. Das ist hier, aber das wird kaum gespielt. C5 hier ist der stärkste Zug mit der Idee C4. Irgendwann muss Weiß nehmen. Jetzt muss Weiß ein nehmen auf D5. Und jetzt Dame E8 Schach ist sogar ein sehr guter Zwischenzug. Und dann Läufer D6 und das ist einfach gut für Schwarz. Den Bauern hier blockieren. Also Läufer C4 kann man spielen, ist aber eher ein Bluff. Wenn Schwarz D5 kennt, dann ist er sehr, sehr dünn für Weiß. Wenn Schwarz Läufer E6 spielt oder König E8, hat man eine gewisse Kompensation mit Weiß. Gehen wir zurück jetzt hier nach König F7. Der zweithäufigste Zug oder Moment, ich muss mal schauen, was wird am häufigsten gespielt? Ne, am häufigsten wird hier gespielt auf Liches. D4. Das sieht auch super logisch aus hier, ne? Mit den Bauern. Auch hier wieder Springer E4. Nicht gut. Wegen Dame H5 Schach. Auf G6 kommt Dame D5. Wir gewinnen den Springer zurück. König G8 ist ganz schlecht wegen Dame D5 und sogar Matt. Auf König E7 muss man nur einen Zug kennen. Wie gewinnt man jede Figur wieder? Dame E2. Dame E2 greift den Springer an und droht verheerend Läufer G5 Schach mit Damen gewinnen. Also Springer E4 ganz schlecht hier. Dann ist die Partie schnell vorbei. Der beste Zug hier, oder ich zeige euch mal den Zug, der auch sehr häufig gespielt wird. Das ist Läufer E7. Das wird sehr häufig gespielt. Das sieht auch logisch aus mit der Idee natürlich den Turm rüber zu bringen und König G8 zu spielen. Hier hat weiß eine gewisse Kompensation nach Springer C3. Springer C3. Denken das Feld. Läufer C4 Schach ist die Idee. Jetzt wird gleich häufig Turm E8 und Turm F8 gespielt. Hat einen kleinen Unterschied. Wenn ich Turm F8 spiele, dann ist Läufer C4 Schach stark, weil der König kann sich jetzt nicht auf G8 verstecken. Und auf D5 kann ich mit dem Springer nehmen. Das ist natürlich ein kleiner Unterschied hier. Ich muss nicht mit dem Bauer nehmen. Läufer E6 und hier ganz starker Zug Dame E2. Das sollte man kennen. Warum Dame E2 deckt hier den Bauern? Und das Beste ist Läufer D5. E schlägt D5. Jetzt droht hier Dame E6 Schach. Deswegen auch dieser Zug. Läufer B4 Schach der Beste. C3. Turm E8. Läufer E3. Läufer D6. Das habe ich so ein bisschen für mich analysiert. Und hier gibt es einen ganz starken Zug für weiß. Nämlich G4. Und weiß hat hier mehr als ausreichende Kompensationen. Er hat drei Bauern für die Figur und G4, G5 ist sehr nervig für Schwarz. Lange Ruchade kommt und dann, ja, dann haben wir eine Partie. Dann haben wir eine schöne Partie, bei der wir Spaß haben hier. Den König attackieren können. Da haben wir was mit weiß. Gehen wir zurück zu dieser Stellung hier. Also Läufer E7. Hier. Springer C3. Turm E8 ist stärker als Turm F8. Ganz einfach wegen Läufer C4 Schach. Und jetzt kann der König auf F80 verstecken. Ja. Die Partie ist noch nicht vorbei hier. Die geht weiter mit. Ja, hier kann man Ruchade spielen. Und dann spielt man einfach eine Partie Schach. Eventuell F4, E5. Das sind so die Standardideen hier. Im Cochrane Gambit mit weiß. Man muss auch immer bedenken, es ist nicht angenehm für Schwarz, mit dem König die ganze Zeit so rumzuirren. Und diese ganze Armee am Damenflügel spielt da die ganze Zeit nicht mit. Also materiell Vorteil für Schwarz, aber schwierig zu spielen. Das war D4. Noch nicht ganz, denn jetzt kommt der beste Zug nach D4. Aus schwarzer Sicht sollte man ihn kennen. Und das ist C5. Die sofortige Attacke auf das weiße Zentrum. Und das ist auch der beste Zug. Da gibt es ungefähr 8000 Partien auf Leachess. Wird ähnlich häufig gespielt wie Läufer E7, was nicht ganz so gut ist. Okay. C5. Was ist hier das Beste aus weißer Sicht? Springer C3. Läufer C4 Schach ist nicht so gut wegen D5 wieder. Ähnliches Motiv. E schlägt D5 und Läufer D6. Hatten wir schon. Hier muss weiß vorsichtig sein. Es droht kommt Turm E8 Schach hier. Also hochharde. Und dann einfach weiterentwickeln. Und das Problem ist immer, wenn wir das blocken hier mit dem Läufer, das ist einfach nicht gut für weiß. Deswegen Läufer C4 Schach sieht zwar toll aus, aber D5 ist halt immer eine harte Widerlegung. Besser erstmal Springer C3. Entwicklung. Bauerndecken. Dieses Feld decken. Und Läufer C4 Schach vorbereiten. Bester Zug hier. C schlägt D4. Das Beste aber ist logischer Zug. Läufer C4 Schach. D5 habe ich analysiert. Und hier Springer schlägt D5. Man kann auch mit den Bauern auf D4 nehmen. Man kommt aber ein bisschen eine Fernschachpartie. Natürlich in einer Partie auf Leachers würde es nicht unbedingt so laufen. Läufer E7. Springer E7 vielleicht hier. Dame E7. Läufer D3. Ihr seht schon, wenn Schwarz sehr stark spielt, dann ist es alles sehr, sehr dünn. H6. Läufer H4. G5. Läufer G3. Und der König versteckt sich auf G7 irgendwann. Natürlich die Partie ist noch nicht vorbei, aber objektiv hat Schwarz Vorteil. Wir können natürlich weiter angreifen hier mit F4. Versuchen die Stellung zu öffnen. E5 eventuell, aber prinzipiell hier schwarzer Vorteil. Das war halt D4. Bester Zug C5. Und dann nach C5 ist halt echt schwierig. Springer C3 hier. Was gibt es sonst noch für Züge? D schlägt C5 gibt es auch hier. Das kann man auch probieren wegen der Fesselung hier. Aber hier spielt Schwarz D5 auch. Und ja, hier muss man natürlich ein bisschen was kennen. Also wenn natürlich die Leute die Varianten kennen, dann haben sie natürlich einen Vorteil gegenüber anderen Spielern. Springer E5 hier. Springer G4. Läufer C4. Sehr interessant. Läufer schlicht C5. Gegenangriff hier auf F2. Und jetzt hier Dame D5. Das ist aber eigentlich etwas, was wir nicht wollen. Wir wollen nicht die Damen tauschen. Ist auch eine Fernpartie. Dame D5 Läufer. D5 Schach. Läufer E6. Ganz super kompliziert. Läufer B7. Läufer schlicht F2 Schach. König E2. Springer D7. Läufer A8. Läufer C4 Schach. König D1. Turm A8. Auch hier steht Schwarz besser. Das ist aber eine komplizierte Fernschachpartie. Habe ich in der PGN beigeflügt und selbst ein bisschen analysiert. Ist aber so ein bisschen High-End Variante. Ich sag's mal. Kommen wir zum besten Zug. Also wie gesagt, C5 gefällt mir aus weißer Sicht nicht. Deswegen D4 würde ich gar nicht spielen mit weiß. Und viele Leute kennen die Variante auch. Auch auf Leaches. Ich denke, ich würde eher Läufer C4 Schach spielen. Oder, oder noch besser, Springer C3. Das ist die beste Zugfolge, weil das Feld D5 erstmal gedeckt wird und Läufer C4 Schach vorbereitet wird. Ja. Hier gibt es mehrere Züge, die wir uns anschauen können. Hm. Nach Springer C3. Sagen wir mal, Schwarz macht Läufer E7. Das wird sehr häufig auf Leaches gespielt. Im Übrigen, Springer C3 kommt am seltensten vor auf Leaches. Ungefähr 10.000 Mal. Ähm, Läufer E7 antworten viele. Ist ein Standardaufbau, ne? Schwarz möchte den Turm rüber bringen und König dann in Sicherheit bringen. Läufer C4 Schach können wir hier machen jetzt. Jetzt ist ja D5 gut kontrolliert. Läufer E6. Schlagen, schlagen. Ne? Und jetzt, sehr gefährlich, G4 wieder. Habe ich euch schon gezeigt als Motiv, gerade in einer anderen Variante mit der Idee G5 hier. D4 wird sehr häufig gespielt auch hier. Aber G4 noch ein bisschen gefährlicher. Ja, was macht hier Schwarz? Turm F8 zum Beispiel. G5, Springer FD7. Und jetzt Dame H5 hier. Man kann hier den Bauern auf G5 opfern, sagt die Engine. Und einfach angreifen, ne? Material ist hier untergeordnet. Hier vielleicht den Bauern schlagen. Und das ist sehr schwierig zu spielen für Schwarz mit dem König auf E6. Also Läufer E7 ist häufig sehr, sehr passiv. Sehr zurückhaltend. Weitere Züge. Läufer E6 hier. Dann können wir D4 machen. Wenn der Läufer da steht, dann können wir D4 machen. Weil wir drohen so ein bisschen D5 hier. König G8. Ne? Bester Zug. König G8. Läufer D3. C5. D5, Läufer F7. Kurze Ruchrade. Hier hat Schwarz Kompensation. Im Blitzen würde ich das spielen mit Weiß. Ein weiterer Zug, der häufig gespielt wird, ist C6. Mit der Idee, das Feld D5 zu kontrollieren. Aber auch hier habe ich mit D4 ein schönes Zentrum. Läufer E7, Läufer D3. Turm E8 zum Beispiel. Und jetzt Ruchrade. König G8. Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit Weiß den Angriff vorzubereiten. F4, E5 ist eine Standardidee. Oder hier kann ich vielleicht sogar sofort E5 spielen. Zum Beispiel E5. D5, FE5. Springer G4. Jetzt müssen wir aufpassen. Nicht, dass der Bau hier flöten geht. Deswegen Dame E2 decken. Und hier droht schon H3 sehr stark. Ist auch sehr schwierig zu spielen. Der beste Zug hier nach Läufer C4. Das ist der Profizug, der von einem Großmeister empfohlen wird. Ist C5 hier. Auch wieder das Feld D4 decken. Läufer C4 Schach. Läufer E6. D5 hier nicht ganz so gut wegen Springer D5. Also Läufer E6. Läufer Schlicht E6. König Schlicht E6. Und jetzt D4 hier. Das Zentrum attackieren. Man kann natürlich auch hier versuchen, auch G4 zu spielen. Aber hier fällt es ein bisschen anders wegen C5. D4 hier. Und hier gibt es auch eine sehr berühmte Partie zwischen zwei Ex-Weltmeistern. Veselin Topalov und Wladimir Kramnik aus dem Jahr 1999. Sehr, sehr alt. Zwischen zwei Super-Großmeistern. Dort spielte Kramnik König F7. C schlicht D4. Da gibt es viele Partien zu. Dame D4. Springer C6. Und damit C4 Schach. König D7. Läufer F4. Das hier ist riesige Kompensation für Weiß. Also das würde ich eher mit Weiß spielen. Mit der Idee Lange Ruchade. Hier gibt es sehr, sehr viele Partien auf Leaches. Weil viele immer automatisch aus Reflex schlagen, wenn sie was schlagen können. Ist hier aber nicht richtig. Nicht schlagen auf D4 aus schwarzer Sicht. König F7. Zurückziehen. Und hier D schlägt C5. Weiß hat immerhin drei Bauern für die Figur jetzt. Springer C6. Dame E2 hier. Mit der Idee Dame C4 Schach. Jetzt bester Zug. Dame D7, um die Dame hier zwischenzustellen. Und hier der beste Zug. Kurze Ruchade. Damals spielte Topal auf Läufer E3. Gegen Kramnik. Besser ist aber Ruchade. Turm E8 zum Beispiel. C schlägt D6. Und jetzt Dame schlägt D6. Weiß hat immerhin drei Bauern für die Figur. Die Engine sagt, dass nach Läufer G5 zum Beispiel und Dame E6 schwarz besser steht. Aber das ist nicht so einfach zu spielen. Materiell ist Weiß nicht unbedingt schlechter. Aber schwarz hat sich so ein bisschen hier natürlich gut entwickelt jetzt. Vier Figuren im Spiel. Aber der König steht weiterhin schlecht. Das ist so die Profi Variante. Wenn das Profis spielen würden, auch over the board. Auf Leaches gibt es da ganz wenig Partien zu. Und ganz wenig Material. Ja, das waren die allerwichtigsten Varianten zum Cochrane Gambit. Meine Ausführungen hier auf YouTube. Wie gesagt, die PGN werde ich auf Patreon hochladen. Dort können das auch Patrons, die mich unterstützen, dann nochmal einsehen. Für die, die das Video auf YouTube schauen, die können natürlich auch die Varianten rausschreiben. Das kann man ja immer machen. Das mache ich zum Beispiel auch immer wieder mal. Wenn ich die PGN nicht habe bei Videos. Cochrane Gambit. Ja, für wen ist es geeignet? Ich denke, im klassischen Schach ist es sehr zu gefährlich. Weil die meisten russische Spieler, die kennen so die Widerlegung. So mit diese D5-Kontergeschichten und in der Hauptvariante mit D4, mit C5 zu spielen. Die kennen die Sachen halt. Aber im Online-Blitzen ist es eine absolut gefährliche Waffe. Kann man gerne mal spielen. Und viele Leute reagieren falsch auf Cochrane. Ich würde Lothar C4 immer wieder mal spielen und gucken, ob der Gegner D5 kennt. Bei Läufer E6 und König E8 wird am meisten gespielt. Das ist aber nicht so gut. Und objektiv am besten ist Springer C3 aus weißer Sicht. Mit der Idee, Läufer C4 vorzubereiten. Und es gibt immer wieder ähnliche Motive. Schwarzdaff muss aufpassen, dass er hier nicht mit dem König zu sehr rausläuft. Und weiß hat natürlich die typischen Ideen mit kurzer Hochhade, F4, D4. Oder mit G4, G5 in einigen Varianten aus weißer Sicht. Also Cochrane Gambit ist nicht so super seriös. Objektiv, aber kann man spielen. Ist auf jeden Fall Schach. Und give it a try. Probier es aus. Habt Spaß dran. Einfach mal was opfern und gucken, ob man damit durchkommt. Wieso nicht? Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Checkt auch mein anderen Video aus in dieser Reihe. Ich habe schon einige Gambits hier auf YouTube ausführlich analysiert. Wird mich freuen und checkt auch meinen anderen Kanäle aus. The Big Rig Highlights und The Big Rig Shorts. Macht's gut.